Heute ist ein Tag der Glückwunsch. Diese Ceremonie markt den Ende eines intensiven und wahrscheinlich auch schweren Chapters in deinen Leben. Der Ausbruch ist Stand heute. Wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Das macht uns demütig. Erstens, dass Deutschland so weit besser ist. Das macht einen übriger und nicht überconfident. Wir haben ein Verkehrssystem, das in sehr guter Form ist. Das macht uns demütig, aber nicht übermütig. Übermütig, 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 übermütig. Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich mithelfen? Jetzt ist die Tür zu ein neues Leben öffnet. Die Wirtschaft läuft super. Löhne steigen. Schenken Sie dem Verkäufer, der Verkäuferin, im Supermarkt, in der Drogerie. Ich bleibe einfach meinen bunten, breiten Strauß von Cannabis. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um Erfüllung und Sinn zu sehen. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Kinder sind diejenigen, die für uns da sind, an vorderster Front in diesem Kampf gegen das Corona-Universität. Wir gehen transparent vor und halten uns an den drei Klang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenen Handeln. Lass uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Alle, alle, die für unsere Gesundheit im Einsatz sind, stehen im Kampf gegen Corona an vorderster Front. Wir reagieren besonnen, informieren sich über die aktuellsten Erkenntnisse und kümmern sich mit großem Einsatz in ihre Patienten. Dafür möchte ich Ihnen danken. Schüler werden quasi in die Corona-Ferien geschickt. Im ganzen Land werden flächendeckend vorsorglich Schulen und Kindergärten geschlossen. Für die Jüngeren ist das gerade eine wahnsinnig tolle Situation. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um Erfüllung und Sinn zu sehen. Einfach zu sehen, wie kleine Menschen groß werden und da Wegbegleiter zu sein, finde ich, ist eine unheimlich erfüllende Kiste. Also man kann heute als Elektroniker, als Mechatroniker, als Zimmerer mehr verdienen als manche einmal. Die Wirtschaft läuft super, Löhne steigen. Aber jetzt haben wir eine Überraschung. Wir haben einen Traum, der in der Flüge fließt. Bei mir ist wichtig, dass das Signal Cannabis nicht nur Freude und Spaß ist, sondern mehr ein entwickelndes Erlebnis. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenem Handeln. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind, wie viel Kraft wir haben, wie wir zusammenhalten, wie wir gemeinsam anpacken. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zu Hause haben. Es ist sicher eine unserer größten Stärken in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir immer auch ein bisschen an die anderen denken. Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenem Handeln. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Alle, die für unsere Gesundheit im Einsatz sind, stehen im Kampf gegen Corona an vorderster Front. Sie reagieren besonnen, informieren sich über die aktuellsten Erkenntnisse und kümmern sich mit großem Einsatz um ihre Erzieher. Dafür möchte ich Ihnen danken. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Bei Angst hilft reden. Also zum Beispiel mit den Eltern reden, mit den Freunden drüber reden. Das Wichtigste, wenn man Angst hat, ist drüber reden. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zuhause haben. Das ist sicher eine unserer größten Stärken in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir immer auch ein bisschen an die anderen denken. Auf jeden Fall unsere Anfangsüberlegung war, wir sammeln jetzt mal alle Themen, die irgendwas mit Digitalem zu tun haben. Und machen auch zu besseren Verkaufen, wie man das so macht. Ein schönes, großes Digitalisierungsgesetz. Auf der Basis ist Vicente Yarchi. Und ein Mann himself. Bitte mit deinen Händen zusammen. Robert Glasper. Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind. Wie viel Kraft wir haben. Wie wir zusammenhalten. Wie wir gemeinsam anpacken. Durch bessere Information, bessere Kommunikation, besser machen. Das ist das Leitmotiv. Bessere Versorgung für die Patienten in Deutschland. Die Wirtschaft läuft super. Löhne steigen. Ich bin sehr dankbar und sehr dankbar. Ich meine, 90% der Politiker auf der Welt würden wahrscheinlich gerne so ein Land wie Deutschland regieren. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Aber es liegt doch vielleicht daran, dass ich viel unterwegs bin den ganzen Tag. Guten Tag. Die Wirtschaft läuft super. Löhne steigen. Wohlstand für jeden Bürger, jede Bürgerin und für uns als Menschen. Denn genau darum geht's. Wohlstand. Das ist wie ein Flaschleck in der dark. Das ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Ja, ja. Ich denke jeden Tag darüber nach, was können wir tun, was kann ich tun, um mitzuhelfen, dass wir gut da durchkommen und dass wir das gut miteinander schaffen. Das beschäftigt mich sehr. Wer selbst gesund ist oder jung, der kann mithelfen, dass wir auf die anderen aufpassen. Und wir wollen jetzt Geschwindigkeit machen, Geschwindigkeit, um unser Gesundheitswesen fit zu machen für die digitale Zukunft. Ich bin sehr dankbar und sehr dankbar. Wir haben ein Gesundheitssystem, das in sehr guter Form ist. Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich mithelfen? Dass Germany has got through this so well so far actually makes us humble and not overconfident, because we know this was only the first wave. Bis 1945 musste jede Generation junger Männer einmal in ihrem Leben in den Krieg, dass wir jetzt über 70 Jahre Frieden haben, das auch eine Errung schaffen. Als Gesundheitsminister arbeite ich daran, dass wir so gut wie es geht durch diese schwierige Zeit kommen. Wir alle haben jetzt einen Begriff, dass wir jetzt nicht mehr als dieses Jahr sind, dass wir jetzt nicht mehr abholen, weil wir jetzt nicht mehr abholen, weil wir jetzt das nicht mehr abholen werden, dass wir so gut abholen, dass wir jetzt nicht mehr abholen, dass wir auch am Ende haben. Und dann? Und dann? Dann? Wir alle haben jetzt eine wichtige Aufgabe. Wir müssen Oma und Opa und die Schwächeren in unserem Land schützen. Germany's Minister of Health, Jens Spahn. Mr. Spahn, thanks so much for joining us. Good afternoon to you. Good evening from Berlin. Hello. Ich bin Jens Spahn und neu hier auf TikTok. Als Gesundheitsminister arbeite ich daran, dass wir so gut wie es geht durch diese schwierige Zeit kommen. Wer selbst gesund ist oder jung, der kann mithelfen, dass wir auf die anderen aufpassen. 80.000 Genesene. We have here in Germany. I'm very grateful and humble, actually. We are stronger together. This is a long run and not a short sprint. Eine verpflichtende Impfung von China macht aus meiner Sicht Sinn und ich finde die aktuelle Lage zeigt das. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazu gelernt. Dazu gelernt, dazu gelernt, dazu gelernt, dazu gelernt, dazu gelernt, dazu gelernt, dazu gelernt. Auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen. Das absorbieren können alle Änderungen. Das ist wichtig. Bis zum knock, hin unas Hubszen? Bis zum nächsten Mal geht's. Über das ist wichtig. juvenile llega ein weitergehen wie die Abfang zu halten, we지만 die Besatz zu halten zusammengefasst, Eigentlich nicht, weil die Regierung es ihnen zu sagen, sondern weil es eine broad Unterstützung für das ist. Das ist natürlich sehr hilfreich und das gibt uns jetzt confidence, step-by-step zu kommen, wie ich gesagt habe, zu einem neuen Normal. Heute ist ein Tag der Freude. Diese Ceremonie merkt die Ende eines intensiven und wahrscheinlich auch hartes Kapitel in Ihre Leben. Der Ausbruch ist Stand heute, wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. First of all, the fact that Germany is doing better so far, makes one humble, not overconfident. We have a health care system that is in very good shape. Das macht uns demütig, aber nicht übermütig. Übermütig, 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 übermütig. Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich mithelfen? Now the door to a new life is opening. Die Wirtschaft läuft super, die Löhne steigen. Schenken Sie dem Verkäufer, der Verkäuferin im Supermarkt, in der Drogerie, mit einem bunten, breiten Strauß von Cannabis. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um Erfüllung und Sinn zu sehen. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Kinder sind diejenigen, die für uns da sind, am vordersten Front in diesem Kampf gegen das Corona-Welt. Wir gehen transparent vor und halten uns an den drei Klacken. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenen Handlung. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Alle, die für unsere Gesundheit im Einsatz sind, stehen im Kampf gegen Corona an vorderster Front. Wir reagieren besonnen, informieren sich über die aktuellsten Erkenntnisse und kümmern sich mit großem Einsatz in ihre Patienten. Dafür möchte ich Ihnen danken. Schüler werden quasi in die Corona-Ferien geschickt. Im ganzen Land werden flächendeckend vorsorglich Schulen und Kindergärten geschlossen. Für die Jüngeren ist das gerade eine wahnsinnig tolle Situation. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um Erfüllung und Sinn zu sehen. Einfach zu sehen, wie kleine Menschen groß werden und da Wegbegleiter zu sein, finde ich, ist eine unheimlich erfüllende Kiste. Also man kann heute als Elektroniker, als Mechatroniker, als Zimmerer mehr verdienen als manche einmal. Die Wirtschaft läuft super, Löhne steigen. Aber jetzt haben wir eine Überraschung. Wir haben einen Traum, der in der Flüge fliegt. Bei mir ist halt wichtig das Signal. Cannabis ist nicht nur Freude und Spaß, sondern mehr ein Reckerniserlebnis. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenem Handeln. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind, wie viel Kraft wir haben, wie wir zusammenhalten, wie wir gemeinsam anpacken. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zu Hause haben. Es ist sicher eine unserer größten Stärken in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir immer auch ein bisschen an die anderen denken. Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenem Handeln. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Alle, die für unsere Gesundheit im Einsatz sind, stehen im Kampf gegen Corona an vorderster Frauen. Sie reagieren besonnen, informieren sich über die aktuellsten Erkenntnisse und kümmern sich mit großem Einsatz um ihre Patienten. Dafür möchte ich Ihnen danken. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Bei Angst hilft reden. Also zum Beispiel mit den Eltern reden, mit den Freunden drüber reden. Das Wichtigste, wenn man Angst hat, ist drüber reden. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zuhause haben. Das ist sicher eine unserer größten Stärken in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir immer auch ein bisschen an die anderen denken. Auf jeden Fall unsere Anfangsüberlegung war, wir sammeln jetzt mal alle Themen, die irgendwas mit Digitalem zu tun haben. Und machen auch zu besseren Verkaufen, wie man das so macht. Ein schönes, großes Digitalisierungsgesetz. Auf der Basis ist Vicente Yarchi. Und ein Mann himself. Bitte mit deinen Händen zusammen. Robert Glasper. Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind. Wie viel Kraft wir haben. Wie wir zusammenhalten. Wie wir gemeinsam anpacken. Durch bessere Information, bessere Kommunikation, besser machen. Das ist das Leitmotiv. Bessere Versorgung für die Patienten in Deutschland. Die Wirtschaft läuft super. Löhne steigen. Die Wirtschaft läuft super. Löhne steigen. Ich meine, 90% der Politiker auf der Welt würden wahrscheinlich gerne so ein Land wie Deutschland regieren. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich viel unterwegs bin den ganzen Tag. Morgen Tag. Die Wirtschaft läuft super. Löhne steigen. Wohlstand für jeden Bürger, jede Bürgerin und für uns als Menschen. Denn genau darum geht's. Wohlstand. Wohlstand ikim beneficjinde. Und wewinde. Wohlstand. 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 Ich denke jeden Tag darüber nach, was können wir tun, was kann ich tun, um mitzuhelfen, dass wir gut da durchkommen und dass wir das gut miteinander schaffen. Das beschäftigt mich sehr. Wer selbst gesund ist oder jung, der kann mithelfen, dass wir auf die anderen aufpassen. Wir wollen jetzt Geschwindigkeit machen, um unser Gesundheitswesen fit zu machen für die digitale Zukunft. Ich bin sehr dankbar und sehr dankbar. Wir haben ein Gesundheitssystem, das in sehr gut Form ist. Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich mithelfen? Dass Deutschland so gut so weit ist, macht es uns übel und nicht überconfident, weil wir wissen, dass es nur die erste Waffe war. Bis 1945 musste jede Generation junger Männer einmal in ihrem Leben in den Krieg. Dass wir jetzt über 70 Jahre Frieden haben, ist auch eine Errung geschaffen. Das war nur die erste Waffe. Waffe. Als Gesundheitsminister arbeite ich daran, dass wir so gut wie es geht durch diese schwierige Zeit kommen. 1 controll可能 das das von das Bahnen gut ist eine wichtige Aufgabe. Wir müssen Oma und Opa und die Schwächerinnen in unserem Land schützen. Germany's Minister of Health, Jens Spahn. Mr. Spahn, thanks so much for joining us. Good afternoon to you. Good evening from Berlin. Hello. Ich bin Jens Spahn und neu hier auf TikTok. Als Gesundheitsminister arbeite ich daran, dass wir so gut wie es geht durch diese schwierige Zeit kommen. Wer selbst gesund ist oder jung, der kann mithelfen, dass wir auf die anderen aufpassen. 80.000 Genesene we have here in Germany. I'm very grateful and humble, actually. We are stronger together. This is a long run and not a short sprint. Eine verpflichtende Impfung from China. Macht aus meiner Sicht Sinn. Und ich finde, die aktuelle Lage zeigt das. This is a long run and not a short sprint. This is a not a short sprint. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazugelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen. und übernehmen Sie das Ganze aus? Auto ein argument. Was ist das Ding Characterized? Das ist dafür dass das, was Sie nach der現在-gie Tholmste metaphreiben. will ich schon mal weg sur ? Es geht darum, wie Geräteier oder Kleing gain NOفizei that. Das ist fürCK pressure. Es kann vorsichtig vor Augen tail das wissen, was Stuttgarteszes fürs Lebenывает. Das wir markieren in den nächsten Jahren ein. ist natürlich sehr hilfreich und das gibt uns jetzt die Hoffnung, Schritt nach Schritt zurück zu, wie ich gesagt habe, eine neue Normal. Heute ist ein Tag der Freude. Diese Ceremonie merkt den Ende eines intensiven, und wahrscheinlich auch schwierigen, in Ihren Leben. Der Ausbruch ist Stand heute. Wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. First of all, the fact that Germany is doing better so far, makes one humble, not overconfident. We have a healthcare system that is in very good shape. Das macht uns demütig, aber nicht übermütig. Übermütig, 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 übermüt Die Wirtschaft läuft super, die Löhne steigen. Schenken Sie dem Verkäufer, der Verkäuferin, im Supermarkt, in der Drogerie, vielleicht einfach mal einen bunten, breiten Strauß von Cannabis. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um Erfüllung und Sinn zu sehen. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Kinder sind diejenigen, die für uns da sind, an vorderster Front in diesem Kampf gegen das Corona-Wert. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenen Himmel. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Alle, die für unsere Gesundheit im Einsatz sind, stehen im Kampf gegen Corona, an vorderster Front. Wir reagieren gesund, informieren sich über die aktuellsten Erkenntnisse und kümmern sich mit großem Einsatz in Ihrem Arzt. Dafür möchte ich Ihnen danken. Schüler werden quasi in die Corona-Ferien geschickt. Im ganzen Land werden flächendeckend vorsorglich Schulen und Kindergärten geschlossen. Für die Jüngeren ist das gerade eine wahnsinnig tolle Situation. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um Erfüllung und Sinn zu sehen. Einfach zu sehen, wie kleine Menschen groß werden und da Wegbegleiter zu sein, finde ich, ist eine unheimlich erfüllende Kiste. Also man kann heute als Elektroniker, als Mechatroniker, als Zimmerer mehr verdienen als manche Anwalt. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Die Wirtschaft läuft super, Löhne steigen. But now let's have a surprise. Let's have a dream which is the number of the flow. Bei mir ist halt wichtig, das Signal, Cannabis ist nicht nur Freude und Spaß, sondern mehr ein Reckerniserlebnis. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenem Handeln. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind, wie viel Kraft wir haben, wie wir zusammenhalten, wie wir gemeinsam anpacken. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zu Hause haben. Es ist sicher eine unserer größten Stärken in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir immer auch ein bisschen an die anderen denken. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zu Hause haben. Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Wir gehen transparent vor und halten uns an den Dreiklang. Aus wissenschaftlicher Expertise, sorgsamer Abwägung und entschlossenem Handeln. Lasst uns heute voneinander Abstand nehmen, damit wir uns morgen wieder umarmen können. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Alle, die für unsere Gesundheit im Einsatz sind, stehen im Kampf gegen Corona an vorderster Front. Sie reagieren besonnen, informieren sich über die aktuellsten Erkenntnisse und kümmern sich mit großem Einsatz um ihre Patienten. Dafür möchte ich Ihnen danken. Es geht nicht um Panik, es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir auf die anderen aufpassen. Bei Angst hilft reden. Also zum Beispiel mit den Eltern reden, mit den Freunden drüber reden. Das Wichtigste, wenn man Angst hat, ist drüber reden. Niemand muss für sechs Monate Klopapier zu Hause haben. Das ist sicher eine unserer größten Stärken in der Demokratie. Wichtig ist, dass wir immer auch ein bisschen an die anderen denken. Aber jedenfalls unsere Anfangsüberlegung war, wir sammeln jetzt mal alle Themen, die irgendwas mit Digitalem zu tun haben und machen, auch zu besseren Verkaufs, wie man das so macht. Ein schönes, großes Digitalisierungsgesetz. Auf der Basis ist Vicente Archie. Und ein Mann himself. Bitte, mit deinen Händen zusammen. Robert Glasper. Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind, wie viel Kraft wir haben, wie wir zusammenhalten, wie wir gemeinsam anpacken. Durch bessere Informationen, bessere Kommunikation, besser machen. Das ist das Leitmotiv. Bessere Versorgung für die Patienten in Deutschland. Wir haben ein Palsker System, das in sehr gut shape. Die Wirtschaft läuft super, Löhne steigen. Ich bin sehr dankbar und dankbar. Ich meine, 90% der Politiker auf der Welt würden wahrscheinlich gerne so ein Land wie Deutschland regieren. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich viel unterwegs bin den ganzen Tag. Guten Tag. Wir haben ein Gesundheitssystem, das in sehr gut shape ist. Die Wirtschaft läuft super, Löhne steigen. Wohlstand für jeden Bürger, jede Bürgerin und für uns als Menschen. Denn genau darum geht's. Wohlstand. It's like pointing a flashlight into the dark. Was ich unheimlich gerne mag, ist einfach nur Ruhe. Ich hab's gemacht, was jeder gesagt hat, was ein Kind nicht tun kann. Ich kam es in Schell-City. Und ich bat die Cyclops. Und ich rollte die Hasselhoff. Und ich bringe die Krone zurück. Ich denke jeden Tag darüber nach, was können wir tun, was kann ich tun, um mitzuhelfen, dass wir gut da durchkommen. Und dass wir das gut miteinander schaffen. Das beschäftigt mich sehr. Wer selbst gesund ist oder jung, der kann mithelfen, dass wir auf die anderen aufpassen. Und wir wollen jetzt Geschwindigkeit machen. Geschwindigkeit, um unser Gesundheitswesen fit zu machen für die digitale Zukunft. Wir haben ein Gesundheitssystem, das in sehr guter Form ist. Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich mithelfen? Dass Deutschland so gut so weit so weit ist, macht es uns übel und nicht über-confident. Weil wir wissen, dass es nur die erste Waffe war. Bis 1945 musste jede Generation junger Männer einmal in ihrem Leben in den Krieg. Dass wir jetzt über 70 Jahre Frieden haben, ist auch eine Errung geschaffen. Das war nur die erste Waffe. Waffe. Als Gesundheitsminister arbeite ich daran, dass wir so gut wie es geht durch diese schwierige Zeit kommen. Wir alle haben jetzt ein paar Jahre Frieden. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wir müssen Oma und Opa und die Schwächerinnen in unserem Land schützen. Germany's Minister of Health, Jens Spahn. Mr. Spahn, thanks so much for joining us. Good afternoon to you. Good evening from Berlin. Hello. Ich bin Jens Spahn. Ich bin Jens Spahn und neu hier auf TikTok. Als Gesundheitsminister arbeite ich daran, dass wir so gut wie es geht durch diese schwierige Zeit kommen. Wer selbst gesund ist oder jung, der kann mithelfen, dass wir so gut wie es geht, dass wir auf die anderen aufpassen. 80.000 Genesene. We have here in Germany. I am very grateful and humble, actually. We are stronger together. This is a long run and not a short sprint. This is a long run and not a short sprint. This is a long run and not a short sprint. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazugelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Dazu gelernt. Auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen. Step by step, that is important. Step by step, going back to a new normal, that is important too. Because all the measures we have taken, like keeping distance, wearing masks, no parties, that are definitely measures that need to be there in place for months to come. And I am very proud that our fellow Germans actually follow the rules. Actually not because the government tells them to, but because there is a broad support for this. And that is of course very helpful and that gives us confidence and now step by step coming back to, as I said, new normal. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.